so damit hallo und herzlich willkommen bei graveyardkeeper und ich hoffe auch dass heute alles reibungslos läuft ich habe praktisch die letzten tage ich erzähle mal noch kurz ich habe die letzten tage den kompletten rechner neu aufgesetzt weil mir erst eine ramriegel abgeschmiert ist dann kam noch die externe dann kam eine leiche dann kam eine externe festplatte die auch leider den geist aufgegeben hat und natürlich war es die festplatte auf der ich alle folgen speicher ja deshalb sind leider ein paar verloren gegangen und ich hoffe dass das zukünftigen folgen nicht mehr passiert und ja deshalb würde ich auch sagen wir liegen los ich weiß zwar nicht mehr wo wir stehen geblieben waren außer ich weiß noch wir wollten das hier verkaufen daran kann ich mich erinnern aber ganz ehrlich sonst ist eigentlich soweit alles weg ich habe halt einfach ein hirn wie ein sieb warte werden goldenen dünger daran kann ich mich erinnern und da haben wir hier auch schön kürbisse gepflanzt ich glaube sogar fast nur silber okay ich glaube auch die die bronzenen wir haben nämlich keine samen mehr so inventar wir haben noch zwei glauben also die leiche können wir verbrennen ich wollte brennholz machen für die leichen glaube ich kann das sein also natürlich kann es sein bei mir sowieso ich werde sowas ja ständig das problem ist bloß dass halt auch seit der letzten aufnahme schon ein paar tage vergangen sind und ich mich jetzt mal wieder erst rein fuchsen muss ich war halt die letzten tage mit dem kopf eigentlich immer irgendwo anders wo wir mir noch ein leichter das ist nicht gut das ist nicht so gut wobei das reicht eigentlich okay wir können beide leichen verbrennen ich bereite das mal eben vor bevor wir leiche nummer zwei obduzieren was gibt es schöneres als am frühen morgen und das ist noch früh am morgen als eine leiche zu sezieren ich gehe mal davon aus dass ich die schon auseinander genommen hatte also bestimmt sonst wird sonst wird die leiche nicht hier liegen ne ich bin ja nicht doof so wir brauchen fleisch weil ich bin ja bekennender fleischesser wir brauchen knochen für weißes pulver für porzellan dann brauchen wir fett für die kerzen und aus dem herz konnte ich dieses lebens elixier machen davon brauchen wir auch immer wieder mal was so dann können wir die leiche auch verbrennen und dann kümmern wir uns hier vielleicht erst mal um einen kleinen holzvorrat den wir ja auch bitter nötig haben also wirklich dringend na klar so morgen können wir auch beten dann kriegen wir wieder genug glauben zusammen für den nächsten zombie so pass auf wir machen lebens ex hier elixier einmal aus dem herz dann können wir das aufräumen so was passt hier noch rein die asche haben wir inzwischen hier drin warum auch immer hat bestimmt irgendeinen grund gehabt den ich halt jetzt einfach nicht mehr weiß ähm bienenwachs kann hier rein wir könnten eigentlich schon wieder kerzen herstellen vielleicht mache ich das mal eben die brauchen wir sowieso öfter so bitte dankeschön dann knochenmehl also hier heißt es weißes pulver aber wir wissen bzw weißer staub wir wissen natürlich alle dass das knochenmehl ist so worauf hatten wir hier eigentlich als nächstes gespart balsamier was machen die ok minus einen roten plus einen weißen das wäre eigentlich ganz gut ne ein balsamiertisch warte mal die sachen werden an den balsamiertischen sekunde ja wähle eine ressource ich würde gerne welche anfertigen erstmal wo und wie stelle ich sowas her äh kirchenarbeitstisch kirchenarbeitstisch denn ich möchte ja eigentlich zukünftig bessere zombies haben und hat mir nicht auch an dem zombiesaft gearbeitet ich will halt sowas hier das wäre schon nice dafür brauchen wir gold elixier wo kriege ich gold elixier her gold elixier vor allem wo steht ein gold elixier kann ich das überhaupt schon herstellen ich meine elixiere stelle ich selber her warte ich gehe nochmal kurz an den anderen rechner und mache einfach wieder dat wiki auf haben wir jetzt eh schon ein paar mal gemacht also von daher ist das ja nicht so schlimm ne so sekunde wir brauchen ein gold elixier gold elixier was braucht man dafür alles gold staub giftige lösung chaos extrakt puh oder gesundheitsextrakt wir kriegen gold staub gold nugget in der müde na klar gold nuggets haben wir ich glaube wir haben noch gold nuggets oder ruckel ruckel wie immer im keller wir müssten eigentlich noch gold nuggets haben ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich denke eigentlich schon so hier nochmal ein sparbrief da ist jetzt bestimmt auch schon der nächste dabei so die letzte keramik wir können nochmal einen herstellen das ach man die sind zu teuer dat ist das große problem überlegungen hier dat nehm ich mit dann können wir hier salz aufräumen hab ich das wo hab ich denn das fleisch hin habe ich etwa das fleisch an einen ort geräumt an den es nicht hingehört wäre schon irgendwie doof ich gucke mal ganz kurz in die kiste natürlich drei stück sogar so das ist der handmischer geht das oh jetzt kommt wieder das problem dass ich das gold nugget wahrscheinlich erst untersuchen muss genauso wie die kürbisse ne gold nugget kann ich mir wenigstens leisten immerhin so kann ein puder zerfallen das wissen wir ja ach gibt grüne punkte ich dachte jetzt rote und ich habe übrigens auch nachgeschaut ähm die achievements die wir bekommen haben unter anderem eben diese roten punkte und so das gibt es einmal für 3000 punkte und einmal für 1000 aktuell haben wir rot die 3000 voll gemacht und ich glaube waren es blaue oder grüne da haben wir die 1000 ich denke mal es waren grüne weil blaue hat man noch nicht so viel so ein honig jetzt haben wir gold staub dann schaue ich nochmal in das rezept was brauchen wir als nächstes gesundheit extrakt oder chaos extrakt äh was ist denn davon einfacher zu bekommen schmetterling ich würde den destillationswürfel gerne aufbessern das wäre sehr praktisch oder linsen oder kürbis ich würde mal den ich würde mal den schmetterling nehmen bloß befürchte ich dass wir den auch erst wieder lernen müssen ich gehe mal ein schmetterling holen wir probieren das einfach mal aus und jetzt habe ich auch gar nicht geschaut kommt er in den handmischer oder in diese mühle auch es ich habe gerade keine zeit ehrlich nicht so pass mal auf wir haben nämlich schmetterlinge das weiß ich zufälligerweise ich lasse ihn mal kurz liegen ist mir grad tatsächlich so ein kleines bisschen egal so 14 silberlinge und bisschen kupfer mhm wirklich reich sind wir halt nicht ne aber das zeug hier drin ist immer so teuer so die asche hatten wir hier drin die schmetterlinge kann ich eigentlich kurz im inventar lassen war das hier kann sein aber ich kriegs halt nicht rein nee warte ich bin so doof das war hier das dauert so lang so und die giftige lösung brauchen wir halt auch noch giftige jetzt sagt bloß er lässt mich wieder nicht an den anderen rechner das wäre jetzt grad echt ärgerlich ja nice gut dann schauen wir halt nicht nach das problem ist ich muss nach der folge an den anderen rechner aha das ist momentan so das zeug was mich wirklich am meisten aufregt ich bin deshalb auch ganz ehrlich am überlegen ob ich nicht vom dual pc wieder auf ein pc zurück wechsel ich würde hier gerne mal ein bisschen was arbeiten es ist halt ärgerlich weil eigentlich habe ich ja zwei rechner um den jeweils anderen zu entlasten mit ja mit mäßigem erfolg also ich guck mich immer um irgendwo sind dann wieder fledermäuse ich würde mich halt voll gerne mal durchkämpfen wenn ich ehrlich bin aber ich glaube ich glaube dafür bin ich doch zu schwach ok hier sind schleimis ja gut schleimis kriege ich hin schleimis kriege ich sogar ziemlich einfach hin die fledermäuse sind halt jedes mal ätzend so haben wir und es wäre halt cool wenn in den fässern wenigstens irgendwie loot oder sowas wäre also wenn sich diese ganze sache hier lohnt weil aktuell habe ich ehrlich gesagt das gefühl wir können hier zwar durchrushen aber wirklich bringen für uns selber tut das glaube ich nichts oder oder kriegen wir eine belohnung am ende des der etage warum ist hier warum ist da ein wasserbecken ich meine was natürlich schön ist wir kriegen hier den ganzen loot von den mobs aber ich würde mir halt wünschen dass hier irgendwie mal ein zwei kisten sind wo halt irgendwie coole sachen drin sind oder vielleicht auch mal die ein oder andere seltene geschichte ich ess mal schnell eins honig das wäre halt schon echt lässig so die haben wir da geht es in die nächste etage ich gucke hier erstmal weil da ging es ja auch noch mal runter wenn dann möchte ich hier schon alles clear hier so ein zettel am boden zum beispiel das könnte ein super rezept sein ich kann Sachen zerschlagen das wusste ich nicht da müssen wir leider noch mal durchlaufen hätte ich das gewusst das ist ja super praktisch und was können wir alles zerschlagen das ist ja super praktisch ich kann hier Eimer wegachsten ach das bringt mir wirklich Zeug wenn das so ist dann schaue ich mich hier nochmal um Linsensamen Weizensamen oh wir kriegen hier sogar wirklich coole Sachen raus angenehm ja schade dass man die Kisten halt nicht abbauen kann da drüben sind zum Beispiel sehr sehr viele Vasen vielleicht lohnen die sich oh hier sind auch viele ich baue das alles an ich geh nie wieder Samen kaufen so hier den kaputten Stuhl ne den brauchen sie ja sowieso nicht mehr ein Heiltrank auch angenehm ne so dann haben wir auch gleich wieder ein klein wenig Platz im Inventar na wenn das so ist dann kriegt man hier schon ganz coole Sachen ich will nix gesagt haben ich habe mich nie beschwert so hier waren die meisten leider leer mhm hm 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 mhm ach wie schön mhm 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 Das weiß ich halt nicht. Ob der sich merkt, dass wir hier schon alles gelootet haben. Hm. Hmhm. So. Den Stuhl können wir auseinander nehmen. Und diese Bank. Dann kriegt man ja doch eigentlich relativ viel Metallschrott, wodurch wir auch wieder Metall bekommen. Wir haben jetzt 41 Metallschrott. Kann man nichts sagen. Das passt schon. Und damit müsste eigentlich auch diese Etage komplett gecleared sein. Hm. Hmhm. Dann finde ich die Dungeons doch nicht so doof, wie ich am Anfang dachte. Dann sind die in Ordnung. Kann man schon machen. So. Hier nach oben. Ich frage mich auch, wie sie das geschafft haben, hier gefühlt diese ganze Map zu unterkellern. Hat man so mittelaltermäßig, hat man da so viel Keller gehabt? So. Nochmal Weizensamen. Und dann müssen wir sowieso bald zurück, weil ich fast keine Ausdauer mehr habe. Ich habe auch nichts mehr zu essen dabei. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, das ist nicht gut. Auf jeden Fall besser als nichts. Ein bisschen was muss ich halt leider essen. Hm. Hmhm. Oha, eine ganze Bibliothek. Was befindet sich bitte alles in meinem Keller? Bücherregal. Da können Sachen drin sein. Oha, ich bete für Rezepte. Cool. Ist also wirklich alles leer? Wie großzügig. Wirklich, wirklich großzügig. Ähm. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Außer, dass wir einfach hätten gehen sollen. Um wieder ein bisschen Energie zu tanken. Und dann eben vielleicht die nächste Stage zu clearn. Oder wir machen jetzt einfach diese hier noch. Und dann gehen wir zurück. Dann machen wir einfach immer so zwei Etagen. Ciao. Oh weh, die Ausdauer. So, an die Bücherregale komme ich offensichtlich nicht. Wieso auch immer. Oh, ich will das hier alles haben. Weißt du was? Die Kürbisse verkaufe ich doch sowieso nicht. Hm. Was kann ich noch wegschmeißen? Hm. Linsensamen. Weizensamen. Zwiebelsamen. Sogar ein silberner. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich hätte das hier ablegen können. Ich hätte so viel ablegen können. Ich lass mal die Vase hier, äh, so lange hier stehen. Ich glaube, aktuell brauchen wir die nicht unbedingt. Komm, Fledermaus. Ciao. So, hier nichts zum kaputt machen. Gar nichts. Dann war der Weg wirklich umsonst. Komm, ich will aus der Etage raus. Heiltränke möchte ich nicht einsetzen. Die würde ich wirklich lieber behalten. Für schlechte Zeiten. So, hier geht's weiter nach unten. Komme ich auch einfach wieder raus? Oder muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? So, auch hier ist nichts. Wäre voll cool, wenn ich irgendwie so als Belohnung einfach mal ein Zombie oder sowas wäre. Okay, so komme ich auch zurück. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.